Hallo, hier ist die Luma. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe an einem Tag noch nie so viele PNs bekommen wie heute. Und ich habe es sehr gefeiert. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Natürlich Dankeschön an all diejenigen, denen sofort alles klar war. Dann Dankeschön an diejenigen, denen überhaupt nichts klar war und die mir entsetzte Nachrichten geschrieben haben. Und danach, zehn Minuten später, ist es denen dann auch aufgefallen. Und dann kam noch eine Nachricht mit, weiß nicht, oh, ich weiß, was du meintest, cool und sowas hinterher. Bei denen möchte ich mich ganz besonders bedanken. Das fand ich wirklich sehr feierlich. Und dann natürlich auch bei denen, die mir einfach nur entsetzte Nachrichten geschrieben haben. Ist das jetzt dein Ernst? Du kannst doch jetzt nicht aufhören. Und du machst doch so tolle Let's Plays. Wo sind deine Videos? Ich wollte mir heute deine Videos angucken. Ja, tatsächlich sowas kam und ich fand das einfach sehr cool. All jene, die jetzt meinen, okay, das ist ja voll die blöde Aktion gewesen und so. Leute, das ist mein Humor. Ihr müsst damit klarkommen. Und ich habe es sehr gefeiert. Ich hoffe, aber ich hatte es auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht heute. Und falls irgendjemand spätestens jetzt noch nicht weiß, wovon ich rede, der soll mal bitte, bitte, wenn ihr Windows-User seid, rechts unten auf das Datum schauen. Und wenn euch das noch nicht sagt, dann kann ich euch leider auch nicht helfen. Auf jeden Fall vielen Dank an euch. Und das war natürlich alles nur ein Abril-Scherz. Und wir sehen uns dann morgen bei den regulären Let's Play-Videos wieder. Zum Spaß und einfach für Leute, denen es vielleicht gefällt, lasse ich die ganzen OSU-Videos natürlich oben. Ähm, und ja, werde mal gucken, wie viele entsetzte Nachrichten ich noch so auspudeln kann. Freue mich deswegen. Wie ein cooler Keks. Das ist alles schön gelaufen. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüttelü. Tschüttelü.